willkommen zu einem neuen video und heute die aufgabe finde shadows unterschlüpfe das heißt sozusagen von diesen hier personen einfach die ja die räume finden uns die fünf die fünf orte die wir finden müssen ich werde hier fünf teile machen das heißt ist der erste ort und verschiedene videos geben damit halt keiner durcheinander kommen das auch nämlich einfach einfacher ist und ja das heißt hier sind war der erste und ja sehen wir auf jeden fall schon eins von fünf wir haben gleichzeitig auch mit die andere aufgabe gemacht das heißt auch auf dann aufgabe haben wir schon eins von drei und so für der erste ort falls die vier orte sehen wollt einfach ja dann videos anschauen die gleich online kommen ich sage haut rein und ciao